Guten Morgen meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zum Forex am Morgen, Ihrem persönlichen Markthaus und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler und wir haben Freitag, den 20.02.2015, 8.47 Uhr ganz genau. Die Tatsache, dass heute ein kleiner Verfallstag im DAX ist, wird vermutlich untergehen, denn der Schuldenstreit zwischen Griechenland und den Europartnern steht weiterhin spitz auf Knopf. Ein Euro-Austritt des Landes ist nicht ausgeschlossen und die Folgen wären aktuell noch nicht abzuschätzen. Der Verhandlungsmarathon bzw. die Verhandlungssituation geht weiter. Der DAX lässt sich davon wenig beeindrucken. Die Märkte zeigen sich erstaunlich ruhig. Der DAX kurz davor hier oben auszubrechen. Es fehlt allein die bullische Durchbruchsbewegung, meine Damen und Herren. Und damit herzlich willkommen. Blicken wir erstmal auf den DAX. Nun, er hat ein steigendes Marktmuster, das haben wir auch gestern schon hier herausgestellt bzw. analysiert. Short-Positionen machen momentan keine Freude, denn der DAX drückt unermüdlich nach oben. Und das ist eben auch ein Zeichen dafür, dass der Markt stark ist. Sicherlich können zwar Korrekturen eingeleitet werden, aber so wie er nach oben drückt, wäre das momentan einfach nicht die, ich sage mal, saubere fachliche Variante. Eher der Ausbruch steht heute über 11.030 Punkten im Fokus. Wenn wir uns den Dow Jones angucken, der pendelt momentan hier weiterhin seitwärts. Achten Sie daher unbedingt heute auf die Marke von 17.920 Punkten. Stärkere Unterstützung, enger Scalp. Stop-Loss könnte man hier bei 17.870 Punkten setzen. Also hier unten dieses kleine Long-Setup. Enger Stop, also unter diesem Tief hier. Alternativ Ausbruchsszenario 18.070. Bedeutet hier bzw. hier oben wäre das Ausbruchsniveau vorhanden. Der S&P, da fehlt es auch an einem Ausbruch, aber es wäre eine technisch sehr saubere Sache. Wenn wir hier nochmal gucken, der Ausbruch über 2.104 Punkte. Das wäre durchaus ein interessanter Trade, den wir heute kurzfristig machen könnten. Nasdaq, Pullback-Chance natürlich heute hier. Wir hatten ja auf die Seitwärtsphase hingewiesen, dann ist er ausgebrochen. Und da wäre auch nochmal die 4.390er Marke zu erwähnen, die er hier ansteuern könnte im Rahmen einer Korrektur. Nur falls die denn kommt, dann wäre hier Nasdaq hier bei 4.390 Punkten relativ interessant. Wenn wir uns nochmal den US-Dollar-Index anschauen, den habe ich Ihnen hier mitgebracht. Und da sehen Sie, das ist hier ein völlig intakter, aufwärtsgerichteter Trend. Momentan konsolidiert er in einem leicht bärischen Dreieck, wobei das nicht großartig aussagekräftig ist. Denn es ist schlichtweg einfach eine Konsolidierungsformation im völlig intakten Trend. Trend geht hier vor Konsolidierungsformation. Naja, und wir hatten diesen überkauften Status, den Sie auch hier sehen, meine Damen und Herren, hier oben. Diesen haben wir abgebaut mit dieser Konsolidierungsformation. Sind jetzt hier wieder im Bereich des 50er RSI. Ich benutze den zwar nicht allzu häufig, aber kann man machen. Das heißt, ein Ausbruch wäre auch hier bullisch zu erwarten, falls er über die 95-Punkte-Marke ansteigen kann. Bezogen auf den Euro bedeutet das folgendermaßen eine Konsequenz. Nämlich, dass wir hier abwarten müssen auf den Ausbruch. Oder eben jetzt die Range-Train. Es gibt zwei Möglichkeiten. Long-Position im Bereich von 1,13,25 bzw. 1,12,80. Sehr, sehr enger Stop. Also maximal hier 1,12,60. Damit er dann hier die Seitwärtsphase machen kann. Für all diejenigen, die praktisch eine risiko-averse Einstellung haben, die halten sich vermutlich eher zurück und bleiben bei den Marken, die wir vorgestellt haben im gestrigen Video. Eine Griechenland-Entscheidung ist hier diesbezüglich notwendig. Der Markt hat definitiv eine abwartende Haltung. Denn ein Austritt Griechenlands, ein Euro-Austritt, das hätte Konsequenzen, die man jetzt aktuell noch nicht abschätzen könnte. Und damit werden sich hier viele Marktteilnehmer zurückhalten. Alternativlosigkeit in Aktien zeigt sich durchaus. Was den Euro angeht, brauchen wir da eine Entscheidung. Vitali hat aus dem Daily FX ebenfalls hier, und da habe ich ihm mal seine Sichtweise mitgebracht, ähnlich hier. Wobei das der australische Dollar ist, wo ist der Euro? Hier ist der Euro. Er hat ebenfalls hier die Seitwärtsphase so eingezeichnet, bzw. es steht auch Griechenland-Entscheid. Es wird notwendig sein, um hier eine Entscheidung beizuführen. Wenn überhaupt, er hat hier noch dieses Dreieck eingezeichnet, aber sieht er den eher short. Ich wäre dann noch ein Stückchen vorsichtiger, sage ich so wie es ist, und würde hier auf die große Seitwärtsphase abwarten. Ansonsten bleibt heute nicht viel übrig. US-Dollar, Japanisch Yen, sollten Sie auch nochmal einen Blick haben, von gestern das Setup. Ist einigermaßen nah dran, 50 Pips. Das ist durchaus machbar, dass er es in den nächsten Stunden noch macht. Allerdings erst bei 119,42, das zum US-Dollar, Japanisch Yen. US-Dollar-Cut wurde nachgefragt. Naja, noch in der Konsolidierungsformation hier, spiegelt so ein bisschen den US-Dollar-Index wieder, wenn Sie sich erinnern, dieses leicht bullische Dreieck haben wir auch hier. Short-Positionen wären zwar möglich unter 1,23,50. Problem ist nur, wir kriegen direkt darunter hier die Monats-SMA 200 und direkt darunter hier die Tages-EMA 50. Also dagegen anzutraden ist durchaus riskant. Von daher abwarten auf den Bruch und vermutlich dann hier bullisch kaufen. Ab 1,25,95 würde ich über 1,26 gehen. Ich meine, das sind noch 100 Pips, aber nun gut, Qualität kommt nun mal nicht jeden Tag. Abwarten ist hier nun mal das Tagesgeschäft. Und von daher würde ich hier innerhalb dieser Konsolidierungsformation auch nicht wirklich aktiv werden. Britisch-Fund-Japanisch Yen hat noch hier einen Charakter, den man traden könnte. Wobei man da aufpassen muss auf das 61-Achter-Retracement. Das muss dringend rein hier. Wenn man das so zeichnet, sieht man auch warum. Naja, und das ist halt eben der Punkt, wenn wir kurzfristig das ganze Long-Traden über dem 61,8, da hätten wir so 50 Pips, die man scalpen könnte. Da wäre nämlich dann das 76er der letzten Bewegung. Also das wären heute so die kurzfristigen Trading-Chancen. Ansonsten verweise ich auf die gestrige Abendausgabe, denn da haben wir nochmal die aktuellen Sachen zusammengefasst. Vitali hat hier nochmal einen Australisch-Dollar, US-Dollar. Der Long möglicherweise hier über der 0,78,30 bzw. 40er Marke, wenn er eben hier Long ausbrechen könnte, als kleinen Scalp. Was gibt es noch? Dann Euro-Australisch-Dollar. Möglicherweise hier ein kurzfristiger Short, wenn er unten ausbricht, unter 1,43,80. Alternativ wäre auch nochmal der Dreiecksbruch hier oben. Und als letztes nochmal, klar, WTI in der Dreieckskonstellation gefangen. Der Ausbruch über die 54,20er Marke wäre dann nochmal hier zu bevorzugen. Das war es von meiner Stelle aus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hören uns heute Abend wieder, wenn Sie denn mögen. Und bis dahin sage ich Good Trades und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.